Wann endlich geht Bettina Stark-Watzinger, unsere Bildungsministerin? Das ist die Frage heute bei Kurz und Schmerzhaft. Noch immer ist sie im Amt, sie ist eine Art lame duck, sie ist so eine Art angeschossenes Reh. Was hat sie getan? Sie hat offensichtlich dafür gesorgt, dass unliebsamen Professoren möglicherweise die Fördergelder gestrichen werden sollten. Und zwar Professoren, die sich mit pro-palästinensischen Studenten solidarisiert haben. Sie sagte immer, Antisemitismus dürfe keinen Platz haben an der Uni. Völlig richtig. Aber so instrumentalisiert man den Kampf gegen Antisemitismus, der dringend nötig ist, um selbst an der Macht zu bleiben. Das ist tausendmal widerlicher als alle offenen Briefe irgendwelcher Professoren, die pro-palästinensische Studenten unterstützen. Was also muss noch passieren, dass Bettina Stark-Watzinger geht? Ich würde vorschlagen, es sollte rauskommen, dass sie ihre Doktorarbeit abgeschrieben hat. Das hat einst schon Annette Schawan den Kopf gekostet als Bildungsministerin. Und warum sollte nicht auch Bettina Stark-Watz, hat sie überhaupt eine Doktorarbeit? Ist auch völlig egal. Selbst wenn sie eine Hausarbeit abgeschrieben hat, das würde schon reichen. Hauptsache sie ist weg. Oder sie hat vielleicht einen Kredit für ihr Haus in Großburg-Wedl. Also hat sie überhaupt ein Haus? Hat sie ein Haus in Großburg? Ist auch völlig egal, ob sie ein Haus hat oder nicht. Hauptsache sie hat einen Kredit. Und entschuldige mal, die ist bei der FDP. Die wird doch verdammt nochmal irgendeinen Kredit für irgendein Haus aufgenommen. Die ist doch eine von den Großkofferten, verdammt nochmal. Und wenn es am Ende nur ein Bobbycar war, vollkommen egal. Hauptsache sie ist weg. Und außerdem, die ist in der FDP. Die fährt eine SUV, die fährt eine S-Klasse oder beides. Und da wird doch irgendwas schief sein. Wichtig ist nur, niemals, niemals darf die eigene kaputte Politik verantwortlich sein dafür, dass man geht. Das könnte BSW, und das steht für Bettina Stark-Watzinger, das könnte BSW von Andi Scheuer lernen. Der hat einfach nichts kommentiert und weiter schlechte Politik gemacht. Und was ist geblieben? Gar nichts. Er ist irgendwann gegangen, als er abgewählt wurde. Und wer ist schuld daran, dass wir die Moral über die Politik stellen? Dass wir Politiker über moralische Klippen springen lassen, statt über politische? Die Politiker? Nein, wir. Wir haben keinen Bock auf Politik. Uns interessiert diese ganze komplexe Gemengelage nicht. Wir wollen einfache Lösungen. Wir wollen einen Politiker, der Koks an Kinder verteilt und dann sagen, das ist die dumme Sau, die muss weg. Damit wir mit unseren dreckigen, ausgesteckten Zeigefingern unsere weiße Weste behalten können. Das ist es, worum es uns geht.